Hallo, da sind wir mal wieder. Heute ist die letzte Probe für Burg Ella und da wollte ich euch ganz gerne dieses Mal auch ein bisschen mitnehmen. Also, bleibt dran! Das ist Diana, meine Gesagtspartnerin. Und was wir gerade machen ist, Text lernen, den wir jetzt gerade gekriegt haben und diskutieren, welche Kostüme wir tragen werden. Irgendwelche Sätze ans Publikum, Frau Botzen. Ja, ich hoffe es wird. Danke, Mama. 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 �� Jimmy Brown, das war ein Seemann, und das Herz war ihm so schwer. Doch es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Kiel. He keeps on rolling, he keeps on rolling alone. Geil, alleluia, Siegoria, volles Essen zu, und keine Sonne war. Der Sahelbilder hat mich mit. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wenn die Herren der Schöpfung hier diskutieren, dann haben wir nichts mehr zu bellen. Untertitelung. BR 2018 So, es ist Stock und Dusstag. Wir haben zweieinhalb Stunden Probe hinter uns, also zweieinhalb Stunden Programm wird es geben in Ella. Ich hoffe, dass ganz viele von euch da sein werden und uns anfeuern. Und ja, wir sehen uns Samstag. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Bis dann, ciao. Ciao. Bis dann, 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 ciao.